Oh, oh, yes, yes! Oh, 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 Gott! Herzlich willkommen zu einer weiteren Part der Beidegenauerweise Gafterwerf mit Sam come come here in meine Wenigkeit. In den letzten zwei Parts haben wir ja die Challenge probiert. Speed! Natürlich nicht geschafft, leider. Boah, ich muss mit Maggie noch was machen. ok maggie ok maggie scheiße das war der green mode obwohl warum nicht warum eigentlich nicht mehr hier bock auf den green mode das ist schon mal ein speed und ein damage ab also bei uns läuft schon das ist schon mal schon mal ein guter anfang ich denke ich kein zweck um das springen braucht ok man muss besser draus ok fang mal an dann für tote verderben tote verderben so gebombst schweiß die kloten hat die könnte ausgewiesen okay das wird jetzt nicht so leicht mit ausweichen scheiße scheiße geiler typ ja wie der alter wieder das dort man hat um ab hier stück ich bin auch zu langsam gut gebummst 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 okay so dann nimm mal das mit das mit gehen rein mal das auf krieg ein fucking cricket set alter so scheiße warte mal sprung schlüsseln und alter ohne witz unbeschreiblich alter alter wenn ich jetzt keinen scheiß baue alter ich komme doch auf die situation gar nicht drauf klar das ist so fucking guter stabiler damage ohne witz also kein scheiß jetzt nein tot alter du legst bomben was bist du für ein krankes schwein alter putz alter scheiße ich habe polyphemus ach guck mal was alter du wurdest gefickt mein freund alter fuck bist du schnell scheiße ich brauche es nur noch eine bessere feuerrate alter wie es wie es dann ab geht du wurdest gefickt soll mich für den klub wenn der mich zu sehr reduzieren logisch ohne schlecht zwei geile schwarze herzen nehme ich doch gern mit dann nehme ich noch den jahr zack bin ich fast wieder voll egal der typ geiler typ sagen wir den hier noch nichts was zu würde wir gehen davon weiter warte mal ein schlösser brauche ich für den nächsten mitleid ähm alter scheiße ich könnte auch wissen klar dass ich jetzt schon dass ich polyphemus habe das ist so fucking geil alter ich bin über dem loch gelandet ok speed up und klein und kleiner ok jetzt bin ich schneller und kleiner ok ok jetzt kann ich die gegner noch schrumpfen wie geil ist das denn hmmm fuck dich f- f- das war das item noch mal so ich wollte sagen packen muss sind jetzt wegen dem scheiß stick meine tränen noch größer wenn ja wer das krank also ich fick euch alle durch die bank beim putz es ist mir scheißegal wer kommt er wird weggemacht schon gar nicht viel hat zum starten die pyjama ist geil, hab schonmal vor Herzen die Bombe nehme ich mit dann tue ich die hier wegsprengen vielleicht kriege ich den komischen Creed Kopf ne kriege ich nicht, aber Geld kriege ich ach das wäre so geil riesengroße Tränen, alter das würde ich so hart feiern das ist ein scheiß Gefähr, der Haunt wenn du weggemacht wirst hat er etwas so hart bedient ach kann das denn, dass meine Tränen jetzt durch Gegenstände gehen wegen dem Stick hier wirst du bedient mein freund bedient come here bitch so schlisch 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 irgendwas das ist doch ein witz mein freund für solche gegner bruch nicht mehr aufstehen stresse bloß nachgeschwicht langsam feuer das ist ein kleines beland kotzt bäms gebombst alter gegner und weißes herz das sind natürlich mit einmal ganze pupis hier noch weg das bedeutet ich habe nicht oder fünf herzen alter ist gar nicht geil dass gerade ist nee das ist nicht das scheiße okay ich habe keine ahnung was das ist das ist schon fünf herzen das kann mal schlecht ist sonst heute hier drin okay wir haben noch okay mir fehlt noch eine spritze da bin ich diese komische fun guy das brauche ich den scheißpilz brauche ich den scheißpilz brauche ich ich glaube dass ich gerade dumm gemacht habe ja war es scheiße es war richtig dumm erkennt er sinnlos die brauche ich auch nicht ich brauche den scheißpilz ok wasser wo fake leck leck ha bande mein freund du musst sterben mein freund du musst sterben das sind die brimstones scheiße es mache ständig krüppeln das ist das geil ist das geil oh ja das ist so geil barm 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 das sterben mein freund barm 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 brimstone der brimstone kotz hat das grund kleiden ne ich zum scheißpilz brauche ich mich barm 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 alter polyfilm ist immer schneller abfeuern kann wie geil ist das denn bitte kommt schießt dort scheißmaskala ich bin voll reingerannt so du kleiner bümpfer das ist das mal dass das mal mein freund brimstone brimstone ich weiß es jetzt flinstone aber es würde jetzt nicht zu eisig passend wenn ich jetzt brimstone brimstone sagt oh mannen ich treffe den pisser nicht oh fick dich doch ins knie alter ach danke du krüppel meine fresse ist ein assi alle vor durch meinen schlüssel schlüssel für drei nur ich muss einfach nur hinter dem bleiben da steht jetzt hier ist ein geil alter wisst ihr geil das okay huh das war jetzt nicht so mhm herz opfern für das buch yes ich habe jetzt ich habe jetzt schon zeug geopfert also das ding kannst du mitnehmen er kann das jetzt mitnehmen okay ich habe noch drei räume vorzubereiten also den raum dann noch zwei andere gehen wir hier rein auch geil frottenbaby geil ich habe mein haupt hier wieder äh jetzt soll ich hier rein bombe bombe habe ich keine scheiße ach du scheiße ich glaube das war eine gute entscheidung das war geil oh fickt euch ja das buch aus denen ist schon geiler scheiß was du willst du gruppe okay du hast gebumst du hast gebumst bam bam tot so ist noch die scheiße anders fliegen hier weg machen zack 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 ja ist schon geiler scheiß was ich hier wieder ist schon geiler scheiß muss sagen ich bin schlecht erregt ich bin schlecht erregt geh auf das ist schon das letzte was es hier abgeht wir haben ja ein freund bam tot du zack zack so läuft das so ist gemacht putz putz äh ich hätte trotzdem gerne noch scheiß hm scheiß drauf du bist tot hahaha scheißer monstrum das ist der typ seine bagage von haus das ist der wichser ok 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 das ist der hohen sohn dass er manchmal solche kugeln schießt so der ist gebumst das ist gelogen hin ich hab leider feilt was das wirklich macht ach das ist ja der billow boss so das war ja einfach nur der billow boss oh das ist der campus tot ok lamp of cool genau den shit den ich brauch genau den shit den ich brauch oh shit ich geh mal weiter ich muss ja noch zeug sammeln für den für den donator ok wir gehen hier mal rein was haben wir denn hier drin schönes ach du scheiße ach du scheiße oh shit oh shit komm komm hab hier ab noch mal mit scheiße ich hab krieges body wie geil ist das denn bam putz also jetzt wird rasiert oh yeah baby ich freu eigentlich gucken denn mehr ranger per damit ich freu eigentlich gucken items mehr ich bin zu überpower das ist der pure wahnsinn ist batsch 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 tot 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 scheiße die masken wenn er das richtige gegner hätte ich die pul- fuck scheiße die geister oh scheiße die geister wie die pest die kommt immer wenn man seine brauche blöde affen verrecke ich hab echt nur gute items gekriegt in dem run ey das ist der pure wahnsinn dass ich das mal erleben darf ich muss kurz behen kratzen wieso wird so das nochmal mit mit dem bastion zwei davon ok 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 na komm her bitch so den haben wir schon mal gebummst wo sind ja oh ich bin so dumm alter alter mach keinen scheiß sonst fick ich deine zukunft ich muss sterben mein vorhand mein bro tot rasiert rasiert einfach rasiert die alte wurde so hart penetriert das ist der pure wahnsinn ist sollte hier nochmal verletzt äh crap ok weiter geht's und weh ich kann alles tun na da raste ich aus so sind wir schon wieder am letzten der letzten stage doch guck mal was wir hier so geiles finden da kann ich nicht nein sagen da kann ich einfach nicht nein sagen o shit alter Alter, Alter Shit Na, ich warte mal ab Ich kann dir einfach nicht nein sagen, wenn das kommt Da ströbt sich mein ganzer Körper Da ströbt sich mein ganzer Körper Wenn ich das nicht nehme Das kann ich einfach nicht machen Das geht nicht Das ist so geil Also besser Ohne Witz Besser geht nicht Na gut, doch Wenn ich jetzt vier Schüsse hatte oder so Affekt euch doch Wenn ich jetzt vier Schüsse noch hätte Oder so So Spider-Dingsbums mäßig Das wäre jetzt natürlich noch fucking geil Und krank Scheiße, ich sehe gar nicht mehr durch Bei dem Scheiß hier, was hier abgeht Tot 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 Oh, das ist so fucking geil Oh, ist der pure Wahnsinn Ja, noch schon da schießen Ja, das ist geil Tot Was willst du da machen? Da kannst du nichts machen Da kannst du nur gucken zu Mein Freund Tot Ganz einfach, sowas gemacht So wird gespielt Meine Freunde So wird gespielt Achtu Wissen Lädte ich mir Willst du mich jetzt noch Gabi werden lassen? Ah, das wäre zu schön gewesen Naja Naja Das wäre einfach zu schön gewesen Und zu unglaublich Für den Run Aber naja Man kann nicht alles haben Tot Ihn wird schminzen Was schon sehr krass ist Ja gut Ich habe auch nur gutes Zeug In den goldenen Raum gekriegt In den Goldräumen Ah, der wird jetzt vertratiert Ah, fuck Ich sehe gar nicht mehr durch Alter Was ist denn hier lohnt So, Maggie Haben wir auch mal Einen guten Run mit dir gehabt Hä, Bitch Mein Geld Du Snitch Okay, ich muss mich mehr bewegen Ich muss mich mehr bewegen Das ist jetzt schon mal Fakt Oh, fuck Die Tränen sind so groß Ich komme gar nicht mehr klar Auf mein Leben Schädetiers Wäre natürlich geil Noch extra dazu Hier wird ein Scheiß gemacht Mein Freund Schlüssel Bam Putz Putz Und da holst du doch ran Deine Riesen Holst du doch ran Die werden pulverisiert Bitch So Der hat mich jetzt nur einmal getroffen Und das war am Anfang Wo ich nicht gesehen habe Dass der schießt Richtiges Opferkind Richtiges Opferkind Alter Der wird so Der wird so hart bedient Das ist der pure Wahnsinn Ohne Witz Ja, der wird echt hart bedient Tot Tot Geiler Typ hat er Okay Okay Dann ist er Nehmt mal den Scheiß Special Shopkeeper Okay Keine Ahnung Was das bringen soll Oder was er macht Aber wir nehmen es mal gerne mit Alter Schluck die Münzen Du Sau Naja So will ich das da haben Schön Viel rein donated Booyah Das war wieder ein Run Nach meinem Geschmack Alter So overpowered Zu einfach Alles nachgesteckt gekriegt So mag ich das Oh yeah Bye bye Kuchensohn Booyah Ein richtiges Opfer Der kleine Naja Was soll's Das war der Biding of Isaac Afterbirth Mit Sabi Bekatze Meine Wendigkeit Das war eigentlich Relativ schnell Du Halt Wir haben alles Pulverisiert Wir haben das weg Gefickt Quasi Deswegen Haut rein Leute Das war der Biding of Isaac Afterbirth Mit Sabi Bekatze Meine Wendigkeit Wie gesagt Ich wünsche euch noch Schönen Tag Und rein Und macht irgendwas Sinnvolles Yay